33 Jahre war Paul Schlegel Leiter und Geschäftsführer der katholischen Erwachsenenbildung KEB im Landkreis Reutlingen. Jetzt geht er in den Ruhestand. Zu seiner Verabschiedungsfeier am Donnerstag hat die KEB ein kleines Fest veranstaltet, bei dem auch Oberbürgermeister Thomas Keck sich für die langjährige Arbeit und die Impulse, die Schlegel der Stadt Reutlingen gab, bedankte. Musikalische und tänzerische Darbietungen untermalten die Veranstaltung und sorgten für Feierstimmung.